Also auf jeden Fall, er hatte sich neuen Schmuck gekauft. Nice. Diese Black Dolphins haben, glaube ich, das Musikvideo gemacht, oder? Also auf jeden Fall krass. Schau mal, wie viele Leute hier am Start waren, Digga. Kreativdirektor, sein Großvater. Dann Austrian Crew, weil sie in Österreich waren, Digga. Russian Crew, Bruder. Digga. Digga, bevor ich mir so ein Bier für ein Musikvideo mache, Digga. Leer dich ein, Digga. Heftiges Bild. Stream wird vorübergehend gesperrt, weil wir urheberrechtliches Material drin haben. Das wird möglicherweise, okay, es ist noch nicht gesperrt, aber könnte sein, wenn nicht aufpassen. Sie haben nur so Jahre rausgehört und haben gezeigt. Jetzt müssen wir aufpassen, okay. So ein auf, ich bin zwischen Eis und meine Uhr ist auch Eis. Ja, so. Diese Zeitlupe, wo der Schatten so nach hinten geht, ist auch heftig. Jeder will Geld haben, ja, jeder will Reichtum, ja, tragen jetzt Vater, ja, jeder will unbedingt da sein, ja. Dieser Schweben ist auch wild. Hast du gesehen, wie der aufgehängt wurde? Naja. Staphalalazin. Also, wir machen Doa für dich, mein Bruder. Staphalalazin. Darauf muss ich mir ein bisschen sagen, dein Bruder Salamu alaikum. Egal, wir haben es doch gehört jetzt. Wir werden leider weggefickt und wir weiter darauf reagieren, Digga. Aber Song krass. Ufo sagt den neuen Sachen, ne, der hat wirklich jedes Single von ihm war Brett. Ja. Und er hat es geschafft, den Vibe, den er ohnehin schon gefahren hat, nochmal auf ein Level zu bringen, wo es einfach noch internationaler klingt, obwohl es einfach deutsch ist. Ja, wo es auch aber deutsch akzeptieren. Ja, es ist derbe nice. Also Ufo ist wirklich so, er ist nice. Er hat damals so vereinzelt geile Dinge gehabt, aber jetzt hat er wirklich bei allen Dingen, die er gemacht hat, derbe abgeliefert. Ja, auf jeden Fall Ufo, Bruder, Grüße gehen raus. Bis auf die einzelnen Lines mit deinem besten Freund aus Jahannan war alles gut. Nein, das muss nicht sein. Aber sonst war alles sehr nice. Das ist nice. So, dann haben wir auch in diesem Stream.